Brauche ich auch unbedingt. Ehrlich? Ja, ich schieße einfach die ganze Zeit, dann kann er nichts machen. Ja. Dann kommen wir jetzt rein hier. So, weißt du was? Nein, lass uns hier noch kalt machen. Ja, mach das mal. Mit nem Schast. Was war das? Weiß er nicht. Das da. Würde ich mal sagen. Komm jetzt. Lass den Piss anrufen. Er ist doch gleich tot. Ja, dann sterb. Dann lass ich dich aber gleich liegen. Siehst du, ey, das war sogar eine Mission, du Holzkopf. Okay. Stieh doch ganz unten. Mir, mir doch die scheißegal. Oh, überleg mal, wer... Oh nein, Centus, was hast du denn hier? Egal, nehm ich mal mit. Was? Hey! Alter! Ja, dann stirb da oben. Was soll das? Hat's bei dir? Warum machst du sowas? Einfach nur so. Hat mir jetzt auch richtig viel gebracht, dass ich jetzt hier unten nochmal sterbe. Geil. Ich komm runter. Ich fahr wieder runter. Hat richtig super... Jetzt nervt nicht hier und frisst die scheiß Granate da hinten. Dann fuhmle ich's mal nicht in dein Menü rum, komm. Fuhmle nicht in mein Menü rum. Ich wollte nur ne Waffen aufnehmen. Ja und? Jeder lag. Na ja, komm doch. Na ja, komm doch. Na ja, komm doch. Nein, Kopter zerstören. Ernsthaft. Mhm. Welche Mission ist die schlimmste aller Zeiten, Kopter zerstören? Na komm. Ja. Weißt du, warte, ich bleib am besten hier. Ja. So. Wenn jetzt irgendwas Falsches läuft, ne? Kann ich immer noch hier rein gehen. Bildpisser. Ja. Ja. Wollen wir mal mit den Raketen, wenn wir auch losgehen. So. Schau, dass du Dinger nicht phasen kannst. Ah, ey. Was nervt denn schon wieder hier? Weiß ja nicht, keiner. Hä? Jo, um, einfach da um die Ecke. Einfach so. Ja. Hab ich auch grad schon gemerkt. War auf beiden Seiten, ne? Oh. Komm, ey. Weißt du was hier? Friss meine Faust, du blöder Wichser. Haha. Kommt da Nerven, boah ey. Nervkopter. Es ist, es ist nervlich, Level. Vor allem, die bewegen sich für mich viel zu schnell. Ich treff die gar nicht. Treffen tu ich die schon. Aber dann nerv dich irgendwas anderes hier. Hallo. Kannst du mal bitte stehen bleiben und nicht immer abhauen wie so eine feige Pussy, wie immer. Ach. Geh einfach drauf, danke. Wie die schöne Gabe. Boah ey, wo kommt das denn jetzt wieder hin? So, machen wir jetzt mal. Ein Kopter will jetzt hoffentlich mal drauf gehen, danke. Ja, wir haben noch Besuch hier. Dankeschön, hallo. Ich weiß, dass wir Besuch haben. Das brauchst du mir nicht erzählen. Alles, alles leer gelutscht hier. Alles leer gelutscht wie ein Eis. Okay. Liebst du noch? Pff. Alles. Wie ein Traumzuckerbonbon. Ist dann mein Inventar leer gelutscht. Ja. Help, help, help. Hi. Aber wenn mein MG einfach mal instant schneller schießen würde. Mhm. Oh, da sahen. So. Geht einfach da hinten drauf. Geht auch da hinten drauf. Komm. Geht auch noch mit. Komm. Der zweite geht doch jetzt auch down. Verschwinden einfach nur Munition, wo ich einfach nur hinballer. Ja. Zweiter down. Und es sind die einzigsten da. Ich dachte, wenn so ein paar mehr hier sind. Nein. Sind es ja noch nicht mehr. Meine Fresse ging ja hin auf den Sack, ne? Komm schon, 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 komm schon. Dreiter. 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 Oh, Reiter. Ja? Ja, bin ich noch. Oh, da ist der nächste. Reiz im Maul. Geht den anderen nässe da. Nnnn. Bei. Alter, was war das? Weiß er nicht. Frag mich grad nicht. Uuh. Mh. Ding. Bist da. Ah. Der nächste geht auch kaputt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nur Korrosionsschaden. Zack. Im Korrosionsschaden gehen ja am besten näher runter. Why? Hä? Wo schießt du denn die ganze Zeit? Ah, komm, der letzte. Bleib doch mal. Hier, du Wichse. Leicht. Tschüss. Tschüss, hab ich gesagt. Jetzt markierst du die Kisten zur Abholung. Dann werden meine Jungs zu holen kommen. Hä? Wir brauchen die Sprengladung, um den Witzer Infostop jetzt frei zu sprengen. Ja. Ach, tue sie da mal. Du gehst rechts rum, dann geh ich links rum. Ja, immer noch dieser scheiß Copter. Irgendwie. Ja, jetzt kommt Copter von uns. Meine Jungs, schlapp sind immer in Flug und hol die Fahrt ab. Ah, siehste. Jetzt kommen unsere Copter. Nein. Kurbwerk. Kurbwerk bliert. Kurbwerk. Kurbwerk. Wir haben die Kurbwerk. Oh, endlich mal wieder alles voll. Und halt jetzt? Das hier? Ne, falsche Richtung. Also nicht springen. Soll ich? Die Seite ist bestimmt noch tödlicher. Aber hier müssen wir runter. Oha. Du stirbst. Ne. Ich lebe. Ne. Yolo. Alter, warum das denn? Keine Arme. Und du bist tot gleich. Darf ich dich liegen lassen? Ja, ne? Nein. Ja, wenn du Reise hast da hinten. Nach Sanctuary müssen wir, ne? Oder wohin? Ja. Boah, wo ist denn Sanctuary jetzt? Hä, ist auf der Karte markiert. Ist auf der Karte markiert. Ist auf der Karte markiert. Die Schnellreisekarte. Wie das denn müssen wir? Ja, da irgendwo wo es markiert ist. Jaaa! Geil! Hm? Wir können nicht reisen, weil ich gefallen bin. Ich komm. Ich komm ja schon. Iridium. Jo. Hat zumindest auch einen gezeigt. Ja, auf. Ich gucke immer auf der Karte. Und dann drücke ich druck. Und ich glaube, wir müssen... Oh, man. Alter, so beschissene Kacke auch noch hier machen. Vor dem rennt zu weiter und hier müssen wir ja gar nicht hin. Ich hole ein Auto. Ach so. Ja, aber wir müssen doch nach Sanctuary dann sowieso. Nein, wir müssen nicht nach Sanctuary. Komm schon. Komm schon. Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Schau, wie sie da. Ah, nicht schlecht. So eine Kacke. Danke. Hey. Ich bin ausgestiegen. Hey. Ich bin ausgestiegen. Ohohoho. Ohohoho. Nix. Äh, wir sind gleich bei 3 Stunden. Ja, sind wir schon. Boah, ernsthaft. Alter, was ist denn hier los? Oh, ich wollte schon sagen, warum fährst du nicht weiter? Das einzige, was ich nicht aufhören kann, sind immer Granathaus. Doch nicht wirklich. Oh, heil. Oh. Nicht immer so wichtig. Bringt ihr eh nichts bei uns jetzt. Gelang in der Pilipfimma Stock. Nochmal. Komm. Komm. Hä? Komm. Ja, warte doch mal einen kleinen Moment. Ich werde nochmal schnell was ändern. Ähm. Wünsch mal. Die, ey, die sind hier alle 29, ne? Und 27. Hm. Du weißt, was das heißt, ne? Eben. Und das war dauerhaft. Ja, das Autos geht auch. Junge, gib mir einfach nur einen Box. Hallo? Was soll das? Sind das ja auch richtig viel Spaß. Hm. Aber richtig viel Spaß. Tschüss. Ich will das nach vorne gehen.